Süd 1 ist es glaube ich, ja Süd 1 Da wo wir unser Schild haben Ja, da ist noch eine kleine Base wo du ein bisschen geh holen kannst Ich sehe es Bist du bei der Holz Base? Ist da ein enemy? Ja, aber er hat keinen Schiss LOL Hat irgendwas dabei? Nein Können wir den Maler oder den Arty Kann man den Arty anstecken? Da ist ein wilder Giger Hier oben Ehrlich? Ja, ehrlich Oh Oh Nein Der Lecker hat mich gekillt Rrrrrr Der Lecker hat mich gekillt Warum aggroht er die Viecher nicht? Ja, weil er auf dich aggro ist, rennen wir zurück Oh, er dreht, oder? Ne Hey Was ist dein Problem? Hier ist doch juicy meat, alter Hat er geaggroht? Ja, er hat irgendwas geaggroht Wahrscheinlich den Berg da runter, oder? Ne Ey Ey, wenn er jetzt auf mich drauf leint Jawoll Auch narko Killt er die? Ja Tot Tod Agis rip Jetzt muss er auf den Mana gehen Als ob er jetzt auf mich geht Als ob er jetzt wegläuft Der darf nicht zu mir Der Mana ist so nah Will er mir jetzt erzählen, dass er den nicht sieht Na doch Geht der drauf? Mhm Ja Ja Easy meat run Weißt er drauf rein? Ja er weiß drauf rein, hast du gesehen wo der Agi geschoben ist? Der hat noch 17 Leben, soll ich den Evan kill? Kill ihn ja, wir brauchen eh nichts mehr Alter! Heavy Turrets! Ganz viele Heavy Turrets! Als ob... Really? Ja, wirklich Als ob... Ich bin overweight Als ob der Heavy Turrets aber hat Weißt du wieviel Metal das ist? Das können wir demolischen Und poly Stimmt Ein Bag von Mana ist bestimmt auch noch was drin So wie es aussieht Vor überhaupt nur Balls Wenn wir die Batterien nicht irgendwo hätten Als ob... Als ob... Als ob... Ich stell dich einfach seitlich genau Hast ihn! Ja Komm her Ich komme Er trinkt Mana ist aggressiv Mana ist raus GIGA! Ich stell dir mal vor wir hätten den Pocket GIGA gelootet Bist du tot? Ja ich glaub schon Jungs? Also ich hab... Ich hab hier einen Fabricator Meine Fabi... Hab ich getroppt eben Bevor ich... Als er holzt wird Als er holzt wird Oha Uff Da ist einer Am stehen Hab die schon gezündet Sorry Scheiße Die haben alles gepinkotet Ich hab keine Rocket mehr Nix mehr ist missin alter Was sollen wir jetzt machen? Zu 4? Alter ganz viel Spark Mäntel und alles Die sind richtig rich Lass mal ganz schnell craften hier Äh Zings 300... Ich hab zwar... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... Mach doch mit dem Adi der Zeit kaputt Jetzt nicht mehr Adios Adios Smallcharges Halt doch 50 Crystal mit Ja sicher 50 Crystal Quell ich krieg dich noch mit Nein doch nicht Ja Entschuldigung Du kannst abholen Succes Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Oh... Nein, Saber. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so einen ESP machtwäb. Nein, 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 lass mich raus, lass mich raus,. Nein! Nein! Ja, genau, brüll. Als ob! Also wir müssen jetzt den Rev bauen. Ich kann dir warum, aber ich bin trapped in deinem Liebe, und ich bin chained zu deinem Seite. Wir sind stark, niemand kann uns sagen, wir sind falsch. Wir sind stark, niemand kann uns sagen, wir sind stark, niemand kann uns sagen. Wir sind stark, nie? Das ist nicht mehr fahlen. Mach 3C4, 3C4. Ja dann los doch mal die Wände jetzt mit weg, geh mal auf Seite. In Dollis und Quetzel sind hier ganz viele drin. Ja, ja, ja. Ist weg. Hat sich alles da. Nice. Alter. Hatten wir den Giga? Terry? Alter, wir haben jetzt noch den... WTF? Hätten wir jetzt den Giga gelootet eben. Ich wollte. Lass nicht gepellt. Das ist die Truffs Popcorn. Ich Popcorn die Truffs. Da ist nur Scheiße drin. Hier ist ein Fertilized Oilenei. Nimm mit. Echt jetzt? Uff, leck. Ja. Ich Popcorn grad alle Truffs, Alter. Vielleicht starven die Viecher. Im Boot. Ja, ok dann, zut mal. Der ist nicht in Rage. Ey, das Gate ist weg. Achtung! Das ist nur das Gate-Frame. Nur das Gate-Frame. Alter, ich bin abgeschossen bei TheLegends. I don't have TheLegends. Ah, ne. Ich hab keine. Wie ist denn das passiert denn? Ich kann dir Hype geben. Alter, hier ist ein Tech-Rex. Rex mit Tech-Sattel. Stimmt! Wo? Loool! Heik den! Da? Stimmt! 35. Heartache to heartache, we stand. No promises, no demands. Love is a battlefield. We are strong. No one can tell us we're wrong. Searching our hearts for so long. Both of us know it. Nice, 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 nice. Abstreng. Nicht moving. Ich gucke. 2, Ich gucke immer. Nicht moving. Nicht moving. Ich kann nicht Extasen. Auch nicht. Oh, die Wurzel nicht gepinnt. Doch. Doch, Arana ist. Wahrscheinlich wird die leer sind. Der ist auch. Blonight wird leer. Ich glaube, es kann was sagen. Das ist von eurem unteren Tor mit dem Ball. Alle kaputt. Nice. Zweites steht. Drei steht. Ist egal. Lass einfach alles mitnehmen. Eine Overweighted sich und wird da reingepuncht. Jo, können wir machen. Roter? Ich habe gehört, das machst du? Ich habe keine Whip, aber ich kann auf jeden Fall. Ich kann das alles aufnehmen von mir aus, aber ich bin halt nackt. Ja, ich job Roter. Ja, job mir. Kannst du kurz weg gehen, Neidwig? Nein, Mann. Ich bin jetzt nicht mehr overweighted. Alter, du bist stack'ed.. Warte mal, warte mal, warte mal. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Du kannst von hier aus das Raft machen, Roter. Ich bin jetzt auch nicht mehr overweighted. Oder war das auch mit Boss fight? Ganz kurz, wir erst nochmal off-pointed. Ja, das ist naked, das ist naked. Kill ihn, das ist naked. Keiner an der Waffe. Ne, weg. C4, alles C4, alles hier, alles C4 Stimmt Die Wand da Wir hatten Reeper unburied Schnell, schnell weg weg Allein Fuck, wir brauchen ne Wand, wir brauchen ne Wand Fahr einfach, fahr einfach Nein, 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 bauen ne Wand, bauen ne Wand, wir haben ne Wand Fuck, die Wand Wegen dem Fabricator Kein Plan warum Place irgendwo hier weiter in Weiter in, weiter in, Rota Weiter in, Place Schiisch Ok, ich geh ins Bett Ich auch Bin im Bett, bin im Bett Fahren sie Die Farmgarde mit Quetz Enki am Vulkan Lass sie ficken Fuck man, wir hätten so viel Zeug holen können Hast du uns heraufgegeben? Denk noch an das C4 zu blown Haben wir was geplaced? Ich hab drei oder vier an den Indie Forges geplaced Wir haben tatsächlich einen Serrano gehammed Bleib kurz stehen, bleib kurz stehen Warte, warte, warte Es nebelt Oh ja Zwei weg und Dettiboxen auf Oh ja Zwei weg und Dettiboxen auf Smussy, Smussy, Smussy Was? Welchen Floor? Wie denn das? Ja 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 Nein Nein Ja 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 Noch Leute, der ist reingedasht, der Mann auch. Ne, ich hab die abgeslibt. Pass auf eure HP auf, jetzt wird's kalt. Jetzt wird's kalt. Jetzt wird's kalt. Lezischtes! Fahr an Stand, Fahr an Stand, Fahr an Stand! Eifer lezischtes! Das ist schlecht. Wir haben halbte HP. Das gibt's nicht! Der ist Spassi, Alter. Das ist der Spassi, Alter. Nein! Ich könnte heulen! Wo sind die ganzen Bags? Sind die Bags oben oder unten? Oh, das ist ein fettes Riff. Das ist ein fettes Riff. Oh mein God. Okay, alt F hier, Alter. Dieser Sohn einer rolligen Hündin. Was ist ein Wichser, ey? Das ist nicht passiert. Die Bags sind alle weg, Alter. Wir sind alle in den Tiefen des Abgrundes. Jetzt ist keiner drauf, oder? Da kommt man anders. Noch was! 46! Renn Daniel! Renn Daniel! Schuh! 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 90 Rockets und zwei Rocket Launcher. Bist du noch den abhalten, Rota? Ja. Hast du Killed? Ich hab einen von denen gekillt. Nee, nicht mehr so richtig. Der war necklos. Der war necklos. Der war necklos. Der war necklos. Ich bin 100% sicher, wir werden hier nicht verletzen. Nein, nicht 100%. Aber wenn du aufhörst, dann ist es viel mehr sicher, als wenn du aufhörst. Ja, es ist nicht verletzt. Oh, du sagst, ich könnte nicht dein Trains falsch machen. Got it. Ja. Wtf? Du bist zu witzig. Wo sind wir? Das ist die Mäbeis. Kannst du das machen? Oder kannst du das machen? Ich bin dann absolut stuck hier. Sie cryo-quitsch neben mir. Alterfekt. Sag mir, wenn ich abstecken soll. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Guck in den Screenshot hier so lang. Ja. So? Ich denke, ich steig ab, okay? Ja, ja. Er hat ja schon seine Hände. Okay? Looks pretty good. Die rechte, die rechte, die rechte Wand. Das? Ja. Okay, perfekt. Ja, perfekt. Go, 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 go. Alter, wir sind direkt bei der Cryo-Fresh. Really? Ja. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. Und die Spikes sind auch weg. Das kurz warten, bis das Deon tot ist. Okay, ist voll. Wir sind wirklich direkt an der Cryo-Fresh. Sag mir, ich abstecken kann. Jetzt. Oh! Got the buddy. Ah, jetzt hat die gute Flagge. Die Flagge ist nicht mehr so gut. Die Flagge ist nicht mehr so gut. Nee, die ist kaputt. Natürlich ist wieder die Chess kaputt. Mach die linke Wand auch auf. Warte, 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 warte. Ich muss irgendwas loswerden. Ich bin zu... äh, voll. Ich glaub, dass, äh, dieses... Die sind gepinnt, oder? Ich muss, äh... Mach die Foundation drunter weg. Foundation wegmachen. Dann können wir auch reingehen. Okay. Oh fuck, der... Der gab eine Killmeldung. Scheiße, ich hätte den reinen Dingsen sollen. Reinziehen, egal. Aufnahme anmachen. Hab ich. Alter, das ist ja OP. Ja, ja, ja. Ich bringe ihn zurück, dann. Äh... Du kannst nichts bringen. Du kannst nichts bringen. Was? Nein, du... Du musst ein bisschen... Du musst ein bisschen vor. Wie redest du die Basis, wenn du nichts kannst? Ich bringe ihn. Äh, raiding stone bases, till du kannst c4, und dann raiding everything with a ref, because everything is split. Oh, you're raiding stone bases. NO! We're raiding full... Metal. We have no stuff started. Oh, okay. Oh, okay. You don't can travel anything. Leg, leg, leg. You all must do it or loot it. What the fuck? Nö, we can't go to zack. Kripp fridge. HUH! OH MY GOD! Oh my god! Loot die an. Loot die an. Wait, you can't transfer everybody off, though, right? Yeah, you can transfer it back but... No, on aziaserver. Nothin. Asia server's OP then. What the fuck? Yeah, there's OP. I can't loot. Yeah, okay. They teleported him. They're deep beat. �-ch-ch-ch-ch-ch, bisschen nach links. Zeck when I burn off. Los 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 los! Schnell 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 schnell! Da ist ein Mann! Fuck, da ist ein Mann mit einem Sordrifle! Er ist über uns. Loote, loote, loote! Ich kann ihn nicht accessen! Demo die Sealing, demo die Sealing! Got it! More Rhinos! Ich komm nicht rein, ich bin Overweight! Schieh die, schieh die, schieh die! Drop das Metal, drop das Metal! Los, rein! Oh mein Gott! Go, 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 go! Okay, ich fahr dich weg! Du, du dismountest! Rennst um dein Leben! Guck, ob du Wasser meine... Wasser-Dino oder Flug-Dino hast! Fahr mich ganz schnell weg! Ich fahr dich hier raus, und dann fahr ich selber noch mal rein, um den abzudenken! Ich hab tamed Shit! Raus, raus, raus! Hopp! Okay! Okay, ich fahr wieder rein! Pass auf wegen Oxi, ne? Hm. Wink! 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 Mit den Carbonemis können wir noch einiges anfangen! Hm! Die dürfen wir nun nicht sterben lassen! Und die ist gesattelt! Ja! Vielleicht ist es ein... Vielleicht ist es ein verbessertes Sattel! Ja, hier, das Rhino hat einen verbesserten Sattel! Echt? Nein! XMX-Box, das ist einer von denen! Sattel! Das ist Fearbox, das sind die Typen aus Hardbutter! Hast du das schon mal gesehen? Wer war das? Der Raptor hat mal einen Rhino gewinnt! Hahaha! Und jetzt ist der Raptor einfach verschwunden! Oh, oh! Schwarze Typen! Wie viel Schuss hast du eigentlich, Daniel? Äh, 66! Das ist gut! Zum Glück überlegst du, Alter! Ey Leute, ich bin jetzt in der Base nochmal gespawnt von denen! Da ist ein viertel als Terzi-Eck! What? No joke! Das können wir raisen, dann haben wir einen Terzi-Eck! Viertel als Terzi-Eck! Aufkommen! Loool! Loool! What? Holt mich ab! Jetzt brauchst du nur noch zwei Schnee-Eulen und dann ist gut! Holt mich aaaap! Wir haben schon ein Schnee-Eck-Dings! Hältst du das Terri-Eck vor? Hä? Läuft da jemand? Ah ne, das ist ein Schwanz von einem... Von mir! Das ist mein Schwanz! Ok, ich krieche los! Ich krieche los! Drei! Du passt doch nicht durch! Von deinem eigenen Schwanz! Wie passt doch nicht durch! Loool! Ach! Was ist das? So! Wie süß! Du musst... Du musst wirklich... Also fahr ab, ich passte da rein! Ja! Wünsch auch! Und wenn in einer Stunde der Terzi... äh... hätt ich dann Münch da! Aber schon interessant an der Seite hier einfach keine Sülzen zu machen. Ich hab dich gewarnt. Jetzt kommen die Turtles. Ich hab dich gewarnt. Oh. Alter. Ich habe dich gewarnt. Verdächtig. Aber die haben ihn jetzt. Die haben ihn jetzt. Gefährlich. Na Mensch. Der schwarze Magie. Ja die haben ihn doch nicht. Ich hab ihn. Hahahaha. Der sitzt wieder auf seiner Turtle drauf.